Wunderschönen guten Morgen meine lieben Leute. Es ist sehr sehr früh. Wir haben heute das frühe Spiel gegen Enz. Das ist unser drittes Spiel und wir können es heute closen und wir werden es auch heute closen. Die Jungs sind mega confident, die haben richtig Bock. Und trifft sich gerade sehr sehr gut. Da sitzen gerade Lenz und Roman und ich wollte sie sowieso noch mal ein paar Fragen stellen. Also kommt doch einfach mal mit. Wir haben eine Minute 20 vor dem Match und wir machen gerade Besprechung und Briefing. Wir wollen dir aber noch ein paar Fragen stellen. Ja, aber du kannst mich nicht jedes Mal davor voll labern. Ich habe gesagt, lass das abends machen oder wenn ich mal Zeit habe. Abends ist halt... Nee, mach du das. Die Notlösung möchte ich eigentlich nicht sein. Also Jan, du möchtest immer mit Lenz sprechen. Ja, aber mach es jetzt einfach mal so. Die Notlösung nimmt es so. Roman, schön, dass wir dich auch mal vor die Kamera kriegen. Du bist ja nicht so oft vor der Kamera. Ja, ich bin so im Hintergrund und Influenz Lenz, der gerade geflüchtet ist. Der macht das auch immer sehr gerne. Wie so ein Goblin da hinten. Ja gut. Roman, was sagst du, wie ist die Stimmung? Die Jungs sind jetzt gerade noch am Pracken. Die Stimmung ist super. Also die... Ja gut, wir sind 2-0 gestartet. Das läuft alles so wie geplant oder sogar besser als geplant. Gegen Vitality war natürlich eine super Leistung. Also ist für mich im Moment das formstärkste Team. Ja, haben wir auch schon gesagt. Ja, von daher kann es nicht besser laufen, wie es gerade läuft. Elias macht sich super. Der hat sich super ins Team integriert. Das ist ein super lässiger Kerl. Er spürt auch nicht ganz so sehr den Druck wie andere. Also der ist sehr entspannt. Und ich denke, der ist gerade auf jeden Fall ein Mehrwert fürs Team und ersetzt Josef hier gut. Ja, wirklich auch so. Also hätte ich jetzt auch so gesagt. Vom Außenstandpunkt her, dass Elias da auf jeden Fall die richtige Wahl gewesen ist. Und gegen Enz, die haben ja jetzt zwei Roster-Changes gemacht und sind deswegen relativ weit unten in der Tabelle gelandet, also in der HLTV-Tabelle. Wie siehst du da die Chance? Also Enz war bis vor dem Roster-Changes ein absolutes Top-Team und mit Swings sicherlich einen Leistungsträger verloren, der bei Vitality einen super Job macht. Also der macht jetzt gerade den Unterschied bei denen. Manchmal sind das halt auch Charaktere, die in ein Team kommen. Deswegen ist die Konstellation immer wichtig. Gerade wenn so ein Spieler in ein Team kommt, dann ist es gar nicht manchmal der individuelle Skill, der entscheidet, sondern einfach, dass er aufgrund seines Charakters auch andere Spieler besser macht. Also deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Man kann nicht fünf absolute Superstars in ein Team stecken und denken, es läuft. Das hat man in der Vergangenheit oft gesehen. Und ich denke, Vitality hat da eine gute Mischung. Bei Enz ist man auch so ein bisschen in der Findungsphase. Das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Die haben ja jetzt auch gegen relativ schwache Teams verloren, gegen hier Ecstasy oder wie die heißen. Ja. Haben sie jetzt auch irgendwie 2-0 verloren, glaube ich, vor ein paar Wochen. Ästhetik, meinst du? Ästhetik, ästhetik. Ja. Ja. Also ich würde das immer nicht überbewerten. Ich glaube, die werden sich schon fangen. Die werden auch da wieder, da wo sie jetzt stehen, das ist nicht gerechtfertigt. Die sind auf jeden Fall ein Team, was höhere Ambitionen hat und die werden das auch mal beweisen. Ich hoffe nicht gegen uns. Nee, ich auch nicht. Aber ja, also ich tue mich immer so ein bisschen schwer, so ein Spiel zu predikten. Aber ich denke, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Das wird ein spannendes Spiel werden. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich danke dir. Auch schön dich mal vor der Kamera zu haben. Ja, wahrscheinlich das letzte Mal. Nein. Nein. Good luck beim Spiel. Danke dir. 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 Das sind witzig, Alter. Woah. Woah. Katsungbanem. Eli, die Gegner heute sind Apex, ok? Yes. Die Rubs ist auf Fractampia. Kennst du gerade für die Cheesesteak verbotzt? Du musst die jetzt auch einmal noch ficken, ok? Für das nächste für die Cheesesteak, Alter. Wir müssen überlegen, wenn wir heute gewinnen, dann können sie Sturm auch mal für die Cheesesteak gehen. Nach drei Wochen habe ich es geschafft. Ja, viel besser als der. Nein! Ich weiß nicht, dass ich das rauskriege. Hier muss ich es jetzt schlafen. Ich glaube, er hat Zeit. Zing auf! Zing auf! Das ist ganz anders. Das ist das zu. Das ist das zu dem Team. Das ist leider nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. War auf jeden Fall ein schweres Spiel, auch ein sehr starker Gegner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, liken, abonnieren, Glocke nicht vergessen und schreibt. Wieder Hashtag Checkmate in die Kommentare, das hat Karim das letzte Mal sehr gefreut. Ich danke euch. Herzlich Willkommen zu Coinbase Big und ich bin der Jan, ihr kennt mich schon. Nein, ich geh nicht, das ist was. Gott, ihr habt es nur auf einem normalen Spot geschafft und nicht vielleicht. Das ist ja traurig. Des Weiteren, wir spielen einfach die Sonnenlaufen. Nichts Kompliziertes, ich werde irgendwann mal mit Schoen-Calls rauspacken, aber default fokussiert euch auf Crossout und auf Tradings. Die Typen werden dreckig spielen, holt euch einen Teammate an die Seite. Ey, lass mal hier und da nochmal Geld checken, lass das mal gut nochmal patrouillieren. Lass mal das auf dem Schirm haben. Immer wenn ihr eine Pose aufgibt, sagt an, was Loch ist, wie der. Ich hab nur seine Küche gehört. Ja, leider. Schade, man. Schade, danke. Schade. Die Kerze. Ich speins noch mal hier, Its UnderFrom. NIE, ich speins noch. either, ich speins noch mal von Beos. Ich bin dann bei Beos. Lass doch kurz. Willst du immer noch frei? Ja. Geh wieder jetzt fort. Du kommst wieder? Ja, du kommst wieder. Nooo, ich bin so! Ayren, Bruder, 20 Sekunden, was machst du denn da? Weißt du, zeig dich nicht. Ihr könnt ihn schon hören? Ja. Cool. Wir müssen halt mal einen Klatsch gewinnen. Das ist halt auch anders. So Leute, das war's mit der dritten Episode Living Big. Ist leider dieses Mal nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben gegen Enz und gegen Heroic verloren, stehen damit jetzt 2 zu 2. Aber heute gegen Monte oder gegen K23, wir wissen jetzt gerade noch nicht zu dem Stand, wo wir dieses Video aufzeichnen, gegen wen wir spielen. Aber ich denke mal, dass die Jungs das auf jeden Fall machen werden. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare eure Predictions für das Game, wie wir heute spielen werden. Soll ich noch was sagen? Oder filmst du einfach nur? Okay. Perfekt. Ist ein bisschen awkward, aber ist okay. Ich geh dann. Okay. Okay. Okay.